Wir sind gerade auf dem Weg und wollen Fotos machen, Abschiedsfotos, und zwar mit den zwei Pferden und den Mädels. Wir denken ja, was ist das für ein blöde Mädel? Da haben wir so ein Pferd und ein Selfie-Stick. Das Pony braucht ein bisschen und damit wir sie nicht verlieren, hat sie extra eine pinke Decke auch. Wir müssen doch die Kleine kommen und den großen Weg zeigen. Kleine Gefühle. Guckt mal wieder, dass Tinker Ponys einen großen Vorteil haben. Hier hinten wird wieder geschnackt, hier kennt man jeden Hans und Franz. Stina sagte gerade, sie hat Karl nicht im Griff, das wird ja noch was. Das ist doch zu laut. Das ist cool. Hickey! Hickey! Unsere Animateurin hinter der Kamera. Hier ist die Kamera wirklich. Passt ja. So, Anna, wenn du noch die Hand drauf machst und nicht so wie ein Sack da nehmen. Du siehst gerade aus wie Herr Arnold. Sehe ich auch so aus? Dann lass mal los! Ja! Tja! Warte, diein Richtung! Ja! 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 Jo! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017